Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Bin gleich fertig. Mörser. Okay. Da fehlt einer. Und alles voll. Hier ist die Karte von diesem schönen Level, wo wir einmal komplett durch die Stadt müssen. Okay. Hier, Rogue. Da ist nichts. Geh an them. Granate! Hier! Ich bin hier! Halt still, Rogue! dass sie immer so runterkreiseln müssen so Da kann ich doch eh nicht runter. Wirst du hier die Treppe nehmen. Hier, Rogue! hier dann hier Egal. Kurz nachladen. Lade. 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 alles klar schon die ganze zeit genervt und hier kriegen wir wieder altmetall altmaterial ich sag mal ganz heroisch ich muss hier hoch und das alten material von den gegnern einzubringen vor ich kann nicht weiter befinden granate vorsicht bin gleich fertig das der neues einsatzziel zwischenspeicher wäre mir lieber kontrollfunk danke die die Oh, mach was! Töte den verdammten IAP Trooper! Oh, mach was! Töte den verdammten IAP Trooper! Okay, ähm... Tu mir das nicht noch mal an! Alles klar! Granate runter! Ich würde doch gerade Granate werfen! Wieso habe ich deinen Midi-Pack mehr? Midi-Pack! Granate! Deckung! Und nicht nur schmierig. Also nicht nur schmierig. Das ist nicht nur schmierig. Ja, folge. Dann hoch da. Aber einen hast du nicht vernichtet und der vernichtet dich dann nicht. Noch mehr Dosen. Ich brauche Munition. Nicht jetzt. Ist ja noch anstrengend hier. Oh, doch nicht. Gut, doch noch anstrengend. Gut, doch noch anstrengend hier. Gut, doch noch anstrengend hier. ok gut doch die auto sprengen können aber irgendwie ist das spiel lustig irgendwie aber auch einstrengend wenn man ständig in die deckung läuft obwohl man gar nicht in die deckung laufen möchte war die viel ziel war ich hab's gleich Du darfst nicht lange dauern! Einer lebt hier noch! Schnell! Eine Granate! Da! Granate runter! So, ich grebe jetzt hier noch mal lang, weil ich dann noch sehe, was komisch aussieht. Ah! Okay, dann wieder zu Helm, der mir hoffentlich... Oh, der Dread Metal Bar! Neben der 40 Bar, das ist schön! Dann hoffe ich mal auf einen Kontrollpunkt! Danke! Auf! Rutschen! Aus! Granate, Vorsicht! Granate, runter! Ist da jemand? Das wird helfen! Apropos, das wird helfen. Auf! 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 Ist auch zwei runter, das ist schön. Auf! 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 Äh! Auf! 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 Blick!